Schönen guten Abend. Sie soll perfekt werden, die Jubiläums-Session. In knapp drei Wochen geht's los. Heute haben einige Präsidenten großer Karnevalsgesellschaft, Festkomitee und die Stadt einen Überblick über den Veranstaltungskalender gegeben. Und der ist prallvoll. Schließlich soll das Jubiläumsjahr unvergesslich werden. Ja, und schon vor dem 11.11. wird in Köln gefeiert. Einen Tag vorher, am 10.11. findet in der Lanxess-Arena das große Jubiläumskonzert von Arschuh gegen Fremdenhass statt. Im Vorfeld des Konzerts hat ein breites Bündnis zu einer Kundgebung aufgerufen. Das Motto, solidarisch in der Energiekrise, soll ein deutliches Signal senden, dass die Gesellschaft sich nicht spalten lässt. Wenn wir von der Großbaustelle an der Leverkusener Brücke hören, dann geht's ja meistens um das schwere Schicksal von Autofahrerinnen und Autofahrern, die da im Stau stehen, oder Lkw, die lange Umwege fahren müssen. Vergessen werden dabei oft die Menschen, die mit dem Rad die alte Brücke überqueren wollen. Ja, es gibt tatsächlich da auf der südlichen Seite einen sehr engen Radfahrweg. Aber der ist wirklich nur was für ganz Mutige. Die Polizei hat eine Mitarbeiterin des Kölner Ausländeramtes festgenommen, weil sie im Verdacht steht, einer mutmaßlichen Schleuserbande gefälschte Aufenthaltserlaubnisse und Pässe verkauft zu haben. Bei der groß angelegten Razzia in mehreren Städten haben die Beamten auch zwei mutmaßliche Schleuser festgenommen. Die Tatverdächtigen sollen gefälschte Ausweise unter anderem nach Syrien gebracht haben, um sie dort für jeweils mehrere Tausend Euro zu verkaufen. Und noch ein Großeinsatz im Kölner Veedel Ehrenfeld haben Spezialkräfte der Polizei einen Mann festgenommen, der sich mit einer Waffe in seiner Wohnung verschanzt hatte. Der Winter kommt und die Panik ist schon da vor den steigenden Gaspreisen. Die Verunsicherung ist groß bei den Kundinnen und Kunden der Rheinenergie zum Beispiel. Höhere Abschlagszahlungen und die Angst, dass mir womöglich der Gashahn abgedreht wird, wenn ich nicht zahlen kann. Da greifen viele schnell zum Hörer oder melden sich persönlich beim Kundenservice. Der ist deshalb gerade stark überlastet. Unglaubliche Geschichte. Und jetzt hier was zum Aufatmen, was Süßes oder Geschmackssache. Der Kölner Zoo hat heute einen Neuzugang vorgestellt. Das Erdferkelweibchen Mandela lebt seit kurzem im Hippodom. Ja, ist doch ganz süß. Sie gehören zum Herbst dazu wie Kastanien und Kürbisse, die Weckmänner. Aber der arme Kerl steckt in der Krise. Genauso wie die Handwerksbäckereien, die mit den hohen Energiekosten zu kämpfen haben. So geht es zum Beispiel dem Betrieb Bovelet in Bethburg. Teures Backofenheizen heißt hier auch zwangsläufig ein bisschen teurere Weckmänner. Ja, ein Beitrag, der wirklich sehr nahe geht. Stimmen Sie also dafür ab für unsere Sabine Büttner. Für den Bremer Fernsehpreis Leben nach der Flut heißt dieser Beitrag. Das können Sie noch bis morgen. Den Link finden Sie auch über wdr.de. Dann gucken wir jetzt noch, ob es was mit einem regenfreien Wochenende wird. Also morgen brauchen Sie auf jeden Fall noch mal Schirm und Kapuze. 22 Grad. Weil heute Tag des Faultiers ist, brauchen Sie kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn Sie auf der Couch liegen bleiben. Und wird dann nach 8 begrüßt Sie hier Ralf Kaspers zu Quarks. Und ich bin morgen wieder für Sie da. Tschüss.